Ich seh hier überall Nachrichten. Ich glaub, Twitch ist wegen dem Major überlastet. Ah, das kann natürlich sein. Das kann auch sein, ja. Wow, Twitch packt echt rumgerade. Hm, hm, shity. Ja, ist wahrscheinlich überlastet. Aber egal, wir ziehen das jetzt hier einfach gemütlich durch. Scheiß der Hund drauf, da. Scheiß der Hund drauf. Drei, äh, gegen diesen einen Herren. Kack bitte nicht in die Ecken, voll gut. Genau, bitte kack nicht in die Ecken. Es ist mir wirklich wichtig. Weil...